Hallo! Gut zu wissen, der Finanzratgeber Ihrer Feuerbank Coburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut zu wissen. Mein Name ist Justus Mayer, ich bin Privatkundenberater in der Feuerbank Coburg. Liebe Kunden, in den letzten Jahren hat sich in der Digitalisierung viel getan, deswegen möchten wir heute die Chance ergreifen und Ihnen unsere neue Banking-App vorstellen. Bevor Sie die Funktionen der Banking-App nutzen können, müssen Sie einmal den Anmeldeprozess durchlaufen. Als allererstes müssen Sie sich ein eigenes Passwort vergeben und das Passwort bestätigen. Anschließend einmal uns als Bank, die Feuerbank Coburg, suchen, entweder mittels Bankleitzahlenname oder BIC und auf Weiter. Als nächsten Schritt einmal der Registrierung zustimmen und den NetKey sowie die Online Banking-PIN eingeben. Sobald Sie Ihren NetKey und die PIN eingegeben haben, müssen Sie der Anmeldung auf dem neuen Gerät einmal zustimmen. Hierfür wird Ihr aktuelles TAN-Verfahren verwendet, in diesem Fall das VR-Secure-Go Plus. Mit Freigeben und Ihrem individuellen Freigabe-Code können Sie es freigeben. Schon wurde die Anmeldung bestätigt. Einmal auf Weiter. Und schon sind Sie angemeldet und bekommen einen ersten Überblick über die einzelnen Funktionen des Online Bankings. Sobald Sie auch weiterklicken, sind Sie dann in Ihrer individuellen Bankmaske und können sich die ersten Kontostände Ihrer Konten und weiter unten die Stände Ihrer Verbundverträge anschauen. Auf der Startseite können Sie auch direkt Ihre Kontoumsätze prüfen. Als zweiten Punkt in der Menüleiste werden Sie Ihr Postfach finden. Hier werden Ihnen Ihre Kontoauszüge und Kondometeilungen eingestellt. Unter dem blauen Euro-Zeichen finden Sie alle gängigen Funktionen des Zahlungsverkehrs, wie Überweisung, Quid, Daueraufträge oder Vorlagen, die Sie hier verwalten können. Der vierte Punkt ist der Punkt Kontakt. Hier können Sie direkten Kontakt mit Ihrem Berater sowohl telefonisch als auch mittels Nachricht in Ihr elektronisches Postfach aufnehmen. Und unter dem Punkt Menü finden Sie alle weiteren Funktionen der Banking-App. Unter Banking alle Zahlungsverkehrsfunktionen, Wertpapier für Ihre Depots, weitere Punkte unter Service, einen Überblick über Ihre Karten und rechtliche Hinweise wie die Einstellungen. Möchten Sie zur Anmeldung Ihren Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung nutzen, können Sie das in den Einstellungen einrichten. Hier finden Sie den Punkt Biometrische Anmeldedaten. Mittels Face ID, in meinem Fall, einmal den Haken setzen, zustimmen und erneut in der Banking-App anmelden. Dann noch ein letztes Mal der Verwendung zustimmen und schon funktioniert die Gesichtserkennung bzw. die Fingerabdruckserkennung. Weitere Informationen zur Banking-App finden Sie auf unserer Internetseite oder bei Ihrem Berater. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der neuen Banking-App und einen schönen Tag. Gut zu wissen, der Finanzratgeber Ihrer Feuerbank Coburg.